Mein Name ist Harald Rüssel. Ich bin Marc-Aurelio Wulfors. Mein Name ist Nick Weiß. Hallo, ich bin Rainer Insen. Fangen zu, Alter. Ich kann nicht mehr. Verlieren. Ich mag hier. Also wir stehen im Moment leider in der falschen Windrichtung. Beziehungsweise der Wind kommt von der falschen Seite. Wir stehen natürlich wie immer richtig. So, es soll kein weitergehen, ne? Aber schon ganz lustig. Ich würde mich klar, dass die Möge einfach wieder gehen. Deshalb, dass der Windschirpt beförst. Ich weiß nicht, wie er ein bisschen zu escenken ist. So, es geht darum, wie er eine Promoter-Sstadion zumworkend ist. Das ist schon mal eine Hölle. Ich kann das, wie ich mit dem Entspannungsgerät, dass die Möge großartig sein, dass die Möge nicht vollkommen. Schülst. Bis zum nächsten Mal.